Hi Freunde, Mikey Daze, The Last of Us. Wir sind zurück. Natürlich wie immer an der Stelle, an der wir zuletzt aufgehört haben. Und das war, als wir das Gebäude hier verlassen haben. Und jetzt schauen wir erst mal. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey Ellie, langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Und da nicht so laut. Okay. Also bis runter zur Brücke. Da hört aber was. Das sind echt ein paar Meter bis darunter. Oh, das ist Wahnsinn. Oh gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Was war hier los? Waren das Jäger? Sind wir hier allein? Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Ellie, runter. Natürlich nicht. Scheiße. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gar nicht damit. Lass mich in Ruhe. Wo bin sie denn? Sie wollten hier sein. Sie sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlinge begegnet sind. Das ist eine ganz große Klasse. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Gehen wir wieder. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lasst uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wiederhinhalten. Ja? Was machst du dann? Warte ab. Drei Männer? Ich glaube, sie sind weg. Nein, die machen mir Angst. Was ist das denn voll von ihm? Sieht zu oft. Haben wir geschafft? Wir schaffen das. Ellie, komm runter. Fuck, fuck, fuck. Haben Sie was dahinter? Schade. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Hier wurde sich ganz schön verbarrikadiert, muss ich sagen. Da gibt es aber was. Gebt uns Lebensmittel. Jupp. Labyrinth. Krass. Bisschen Angst habe ich, das kann ich nicht anders sagen. Gut aufgepasst. Ja, und da sind auch schon die ersten Gegner. Verfluchte Scheiße. Überall sind hier Leute. Und Zivile sind am schlimmsten. Die Klicker, Runner, okay, die kriegt man gebändigt, aber zivile Gegner sind ja immer selbst noch militarisiert und das macht immer keinen Spaß. Okay, da kommt einer, shit. Der wird doch nicht. Verfickte Scheiße, doch. Fick, 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 fick. Das mag ich nicht bewegen. One man down. Schade, Freunde, schade, schade, schade. Und blind. Verdammt, verdammt. Verfickte Scheiße. 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 Ich lasse dich abhackeln. Andere. Sehr geiler Konter hier. Schwuchtel. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Kollege. Shit. Du kannst dich doch nicht ewig verstecken. Es ist vorbei. Fickt euch. Das war die Gelegenheit gerade. Ich bin so dumm. Was war das? Den Freunde haben wir immer ein Glück. Erstmal einen bei uns voll. Oh verdammt. Dafür wirst du bezahlen. So, den haben wir. Das ist eigentlich ziemlich easy mit dem Gewehr. Wo ich für den Penner auch drei Schüsse gebraucht habe. Ich bin wenigstens Munition gespart hier. Shit, 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 come on. Oh mein Gott, okay. Sieht doch ganz gut aus. Schade, dass man hier echt nicht viel Zeug findet. Ich bin wenigstens. Hinter dir! Scheiße! Wie viele sind denn das? Also einige auf jeden Fall Wo hat sich der Penner jetzt versteckt? Ah, da ist er Da kommt der nächste Der nächste ist weg So macht das Oh nein, der lebt noch Aber so macht das hier echt eine Menge Spaß Muss ich sagen Kommt er dort wieder hoch jetzt Es wäre eigentlich ziemlich cool Wenn der Wichser dort jetzt wieder hochkommt Hier ist er irgendwo Kommt Nö, hier gibt es leider nichts mehr zu holen Dann gehen wir mal hoch Würde ich sagen Hoben könnte es natürlich überall noch Gegner geben Jetzt ist er wieder hochkommt Oh, Mist Was ist das los? Jones, jetzt! Was ist das? Was ist das? Aufheilen Maggi-Boy! Ich dachte schon wirklich, dass es das hätte sein können. An Gegnern, weil so viele runtergekommen sind auf die Treppe. Nein! Headshot! Oh, we can open! Und da haben wir tatsächlich was drin, cool! Ah, hier steht er! F***! F***! F***, f***, f***! Das war gerade meine Chance. Das war verdammt knapp. So. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe? Das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Die Tür ist jedenfalls auf und jawoll. Von wegen, hier gibt es nichts. Hier gibt es alles. Das ist ja wo bitteschön der Wahnsinn. Genial. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Wo müssen wir dann jetzt lang? Hier vorne rum? Ja. Sieht so aus. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Wahnsinn. Ich glaube schon. Ellie! Come with me. Mal sehen, wo sie hinführt. Okay, also schon mal nicht hoch, sondern hier wieder runter. Pass gut auf, wenn du springst. Ja, da habe ich doch richtig geguckt. So, Ellie. Komm. Wir schauen mal ein bisschen rum. Was wir hier finden. Runter, 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 runter. Ach, schon wieder Patronien. Noch mehr. Los, schnell die Flanken. Okay. 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 Die haben uns nicht gesehen. Verfickte Scheiße. Verfickte Hühnerkacke. Dann weiter so. Na komm. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf hilfst, kann ich das Kaffee wegen. So, Ellie. Jetzt haben wir ein Problem mit dir. Hier ist eine Palette. Wunderbar. Wunderbärchen. Da oben mal ein. Fuck. Das ist ja scheiße hart. Wahnsinn. Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Oh mein Gott. Komm, Ellie. Ich glaube echt, wir müssen wirklich... Oh, hier. Drüben dran. Jupp. Okay, Ellie. Leg das Brett so hin wie die. Now you have to help me, please. Ah, die legt jetzt ein Brett bis rüber nehme ich an und ich muss... Jetzt musst du nur noch irgendwo. Irgendwie anderweitig. Rüberkrabbe. Okay, das macht Sinn. Sehr schön. Okay. Also wie war es? Hier hoch. Und hier hoch. Ellie. Glaubst du die Hunters sind weg? Das werden wir sehen. Puyuyuyuy. Alles klar, Ellie. Komm runter. Wow. Edel. War das etwas für dich? Das war alles scheiße war, meine ich. Wir sind drin. Aber wo müssen wir lang? An der Seite hoch. Hier ist eine Leiter. Und die muss ich jetzt wohin stellen? Daran nehme ich. Mal an. Jupp. Sieht gut aus. Let's go upstairs. Kommst du mit, Ellie? Jupp. Nächste Frage wäre jetzt, ob wir die Leiter noch mal brauchen. Vorsichtig. Sieht aber nicht so aus. Wo sind die ganzen Typen von vorhin hin? Bestimmt auf jeden Fall auch hier raus. Hau Mist. Runter, runter. Okay, und in den Gebäuden drin. Dahinter dir. Ich sehe ihn. Ja, ich wurde auf jeden Fall schon mal gesehen. Dafür wirst du bezahlen. Einer weniger. Komm her, mein Freund. Komm her, mein Freund. Komm her. Oh, was hat das? Von hinten? Das ist natürlich eklig. Ah, ich hab ihn aber noch erwischt. Gott sei Dank. Nachladen. Hopp, 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 hopp. Ah, wo ist deine eklige Scheißvisage? Komm her. Was macht der Wichser? Was macht der Wichser? Der hat ihn. Baum. Komm her. Kawum hat's gemacht. Und der Weinti eingetugt. Den hab ich jetzt gar nicht gesehen. Brück den osern. Tops. hier scheint es echt weiter zu gehen hier geht nämlich eine treppe hoch die gehen wir dann auch mal hoch woher gucken wir mal hier hinten noch hier ist nichts also die treppe hoch unser weg nach draußen beziehungsweise in dem fall nach oben und lasst mich raten hier sind bestimmt noch mehr gegner also hier gerade nicht ja aber doch dort vorne mein freund wo bist du ein wenig ehrlich komm ich hab dem genau zwischen die augen geschossen ja das war es jetzt so ok dann haben wir es schön gegeben den haben wir gebraucht mit einem schuss tja viermal weniger würde ich sagen das geht ja ziemlich schnell wir finden diesen ich werde ihn gesuchen tolle deckung ich werde dich abpacken so das haben wir jetzt reicht es aber hier mal ich idiot lauf natürlich noch da durch so irgendwie müsste es das jetzt mal gewesen sein kann echt nicht sein hier hunderte gegner wer weiß was ich hier am ende finde oder bekomme fünfeinhalb euro und ne hosen knopf und das wäre dann schon nicht so cool sag ich mal mit mädicinhalb mädicinhalb So viele Räume. Hier immer überall. Das macht dann irgendwie keinen Spaß so richtig, da bin ich ehrlich, da hier von Raum zu Raum zu huschen. Also ich bin mir sicher, dass ich wahrscheinlich da raus muss dann. Ein Stein, cool. Hier haben wir aber noch ein paar Lumpen. Gerade eine ganze Menge Zeug verloren. Ich gucke jetzt einfach mal noch ein bisschen rum. Ich glaube kaum, so eine Kacke. Hier geht es glaube ich wirklich nicht weiter. Das ist natürlich blöd. Jetzt hatte ich mich hier schon gefreut. Ähm, jo, wir laufen noch ein bisschen rum. Gucken wir mal. Hier geht es wieder hoch. Es geht noch eine Treppe hoch. Das gibt es doch gar nicht. Und lasst mich raten, hier wieder hunderte Gegner nehme ich an. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Hier. Mr. Elevator. Ah, hier. Durchstehen Aufzugs noch höher. A little bit more higher. It's a higher level. Okay, und jetzt? Okay. Ah, hier. Okay. Okay. Okay, ehrlich. Alles okay? Gut. Wir haben uns getan. Ah, mit dem Schwimmen, ich habe das noch nicht so raus, das Ding. Ich habe keine Ahnung, ich will aber hier auch nicht, ich will nicht tauchen, ich will nicht schwimmen, ich bin da kein Fan von. Komm ich doch hier irgendwie höher. Müsste doch eigentlich funktionieren, hier an den Stangen nach oben. Tut es aber nicht, Freunde. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich verabschiede mich an der Stelle.